Tag zusammen, willkommen zurück im winterlichen Ruhrkirchen. Auf der linken Seite unser neues Krankenhaus, das wir installiert haben. Wir haben hier noch in Marxloh einiges, einige Probleme hatten, was die Gesundheitsversorgung angeht. Das hat sich jetzt komplett erledigt, sodass wir uns jetzt dem Bahnhofsvorplatz hier vorne widmen können. Wir brauchen jetzt noch die Straßenbahn und die Busverbindungen. Da steigen wir jetzt auch direkt ein. Was ich ja gesagt habe, ist bei den Straßenbahnen, ich möchte keine Häuser abreißen, wenn wir sie jetzt nachträglich installieren. Früher bei den Eisenbahnen hat man es, oder bei den Eisenbahnen Schienen, zum 19. Jahrhundert, relativ brutal gemacht. Aber beim Bau der Autobahn, da wurde natürlich auch entsprechend enteignet und die Leute dann aber entschädigt, die dort gewohnt haben, die bei den Straßenbahnen aber natürlich nicht. Das weiß nicht, so eine hohe Priorität. Und das will ich jetzt versuchen, wenn das in der Schnee schmilzt. 3 Grad und Regen. Ja, das werden wir versuchen, so wenig wie möglich abzureißen. Wir haben die Straßenbahnen bis hier vorne gezogen an den Baldenei See. Jetzt können wir nämlich sagen, wir werden hier upgraden. Und ich gucke mal, ein paar Straßen können wir vielleicht mal verbreiten, aber das, was wir hier noch machen konnten, das gehen wir natürlich nicht nochmal hin. Also, wir ziehen mal hier die Straßenbahnen weiter. Dort, wo es geht, will ich die Straßen natürlich trotzdem verbreitern. Das heißt, wir brauchen da dann immer diese sechsspurige. Straße mit diesem Mittelstreifen, also hier kriegen wir das hin, an der Straße. Wie ist das hier so asymmetrisch? Sollte aber auch nicht carbonieren, bis... Na, wir bis hier vorne kommen wir sogar. Okay. Die Brücke haben wir geweitert, das ging. Denn dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, hier rüber nach Osterfeld zu kommen. Und dann haben wir dann noch Pünz, ja, das müsst ihr erreichen. Genau. Da haben wir hier die Möglichkeit, hier schon mal zumindest vierspurig reinzukommen, um dann hier... Also vier Straßenspuren. Und dann hier die... Also langsam und oben müsste man ja auch noch Möglichkeiten haben. Wieder sechsspurig zu werden. Das nehme ich jetzt mal in Kauf, dass wir jetzt hier die abreißen. Wir machen hier auch das Upgrade wieder. Bis hier vorne, sehr gut. Kommen wir nach Marxloh rein. Und dann müssen wir hier hoch. Hier haben wir ja schon die Verbindung. Dann schließt sich jetzt hier der Kreis. Aber ich möchte auch noch mal hier... Mal durch. Mal gucken, wo wir am besten hier auskommen. Hier. Genau. Auch diese Brücke können wir upgraden auf... Vier Spuren. Üblich sechs und dann vier. Okay, so hier steht jetzt unser Internet-Turm. Der muss mal einmal kurz weichen. Dann passt nämlich auch hier nochmal diese Verbindung hin. Sechsspurig. Das freut natürlich jetzt auch gerade den Verkehr. Und wir können hier nochmal die Straßenbahnen durchziehen. Bis hier vorne. Und jetzt wollen wir mal hier einmal rein wollen. Wo haben wir denn hier? Da sind diese Verbindungslinien. Genau, hier geht's. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Das hätten wir. Hier vorne können wir nun starten. Wir werden also hier diesen... Sehen die irgendwie anders aus? Eigentlich nicht nur die europäische und die US-amerikanische. Wir werden hier einen installieren und dann machen wir mal hier die Verbindung hier rüber. An dem Krankenhaus natürlich. Was ist denn da mit den Tuxeln los? Das ist ja Wahnsinn. Ich will glaube ich doch nochmal eine Verbindung hier rein haben wollen. Nach Marksloh. Hier auf dem Teilstück. Hier haben wir ja dann unser Schulzentrum. Und wir machen nämlich hier eine kleine Schleife. Das kann ich, wie das mittlerweile ist. Das kann ich jetzt gar nicht so gut funktionieren. Mit diesen Kreisen. Kreisförmig geführten Routen. Das ignoriere ich jetzt hier einmal. Was die Straßenbahn angeht. Also hier kommen jetzt die Gegenstücke noch hin. Also hier haben wir schon mal diese Straßenbahnhaltestelle. Wir werden hier in Osterfeld an dieser Stelle. Wir können hier vorne direkt am Kraftwerk noch eine Station platzieren. Über da wo wir idealerweise ausreichend Platz haben. Das gleiche machen wir hier. Auch wenn hier nicht so viel Zugang ist. Das ist ein Grund, warum hier überall diese Taxen so lang fahren. Jetzt staunen sie sich hier. Interessant. Die Platzierung der Straßenbahnhaltestellen finde ich jetzt gut. Dann werden wir jetzt die erste Route machen. Das wird eine kleine Route sein. Einmal hier durch vom Bahnhof nach Marxloh. Die erste Verbindung steht. Die werden wir dann auch würzen. Ich glaube da reicht ein Fahrzeug. Den Ticketpreis machen wir auf. Hier. Das gleiche mit der zweiten. Wir benennen die gleich noch um. Ich will jetzt erstmal nur hier schon mal die Anzahl der Fahrzeuge begrenzen. Dann definieren wir weitere Linien. Nämlich jetzt kommt diese Außenlinie hier. Ich überlege gerade, ob hier eine Verbindung nach Osterfels zwar sinnvoll ist. Aber hier dann gedreht wird. Also gar keine Kreisverbindung. Ich glaube das machen wir auch. Moment, wir löschen die nochmal. Also die hat er gar nicht drin. Also hier ist die Linie, dass wir hier einmal drehen. Damit wir das Geländer angleichen. Und dann die, dass wir hier wenden. Da haben wir ja genug Platz. Und jetzt platzieren wir die Linie nochmal neu. Dass wir hier starten. Wir brauchen dann natürlich nochmal eine Wendemöglichkeit auf der anderen Seite. Dass sie idealerweise jetzt nicht wahnsinnig weit fördern wird. Sondern muss sie hier quasi in der Betriebswelle wenden. Das ist nicht so schlimm. Also wir brauchen das mal. Bis zum nächsten Mal. Das setzen wir mal auf drei. Wir sehen, diese eine Linie wird schon komplett benutzt. Wir sehen hier Usage 100%. Das heißt, da können wir tatsächlich zwei. Wir sehen hier auch wie viele von stehen. Das sind jetzt gerade eben mit der, der, ähm, nach Musterfeld ein bisschen tricky. Deswegen muss ich nochmal diese Wendemöglichkeiten da installieren. Aber scheinbar funktioniert das mit diesen Kreisrouten. Und das ist prima. Ich glaube, ich werde hier nochmal einen weiteren Platz definieren für die Straßenbahn. Und dann jetzt hier reinfahren nach Marksloh. Da stehen ganz viele Leute. Das ist gut. Und dann geht's jetzt hier Richtung Baldenei Seen. Das sieht gut aus. Ich gucke mal hier. Also hier setzen wir auch mal drei Fahrzeuge ein. Hier auch drei. Und dann testen wir mal. Und wir machen sie auch etwas günstiger. Diese zwei Euro halte ich für ganz sinnvoll. Wir ändern jetzt gleich noch kurz die Farben. Aber damit haben wir das auch schon mal erledigt. Die Straßenbahn fahren. Müssen wir hier warten, bis sich das erledigt. Ich benenne jetzt mal eben alle um. Und dann machen wir das auch schon mal. Wir zoomen nochmal raus. Und sehen, es funktioniert ganz gut. Das ist mit diesen Taxen. Das ist echt, echt interessant. Aber wir haben es geschafft, die Verbindung mit dem öffentlichen Nachverkehr zu realisieren. Wir sehen, diese Verbindung hier, die ist echt gut besucht. Wir gucken uns das mal an. Ich erwarte gerade keine. Hier sind 7, 340. So ein zu passend Zorn. Okay, also dann gibt es auf der Linie 3 und auf der Gegenstrecke, also GZ und UZS heißen und gegen den UZRäger sind. Hier brauchen wir auch 3. Okay, und dann auch hier warten. 70 war gerade. Hier brauchen wir tatsächlich nochmal ein Wagen mehr. Das müssen wir jetzt mal so ein bisschen balanzen. Die Grüne kriegt auch hier. 909. Ja, aber wir sehen, der Bedarf ist da. Das funktioniert wirklich prima in A. Wenn es hier die Skyline 2 soll. Jetzt sagt er hier, wir haben nicht ausreichend Fahrzeuge. Wir können hier das Tram-Depot direkt schon mal erweitern. Auf 15 Fahrzeuge. Okay, also ist die Frage reich, der HP überhaupt. Da kommen die nächsten Straßenbahnen rausgefahren. 15 von 15. Wir können nicht mehr. Uiuiuiuiuiui. Das ist Wahnsinn. Das... Nee, jetzt irgendwann so gut, mir reicht das denn jetzt hier überhaupt. Also. 3, 6, 9. Achso. Und das reicht nicht. Deswegen beschwert er sich hier. Ja, vielleicht erlebe ich dich das gleich. Ja, ich erinnere das nochmal zurück hier auf, dass wir hier diese lange Strecke, hier müsste eigentlich zwei Fahrzeuge erreichen können. Ich kann auch mal erzählen, dass hier drei Fahrzeuge fahren müssen auf dieser kurzen Strecke. Wo ist denn die andere Marxlo da? Ich brauche die Sätze auf zwei. Ja, okay. Denn wenn wir jetzt die Busse noch installieren, wird das glaube ich auch noch mal anders werden. So, hier kommen die Straßenbahn angefahren. Oh, hier ist schon echt was los. Na, ist gut, ist gut. Wir brauchen hier eine Tiefgarage am Bahnhof, das machen wir jetzt noch. Kurz gucken, da muss ich die Verbindung einmal von der Hauptstraße weg machen. Vielleicht am besten von hier aus, dass man hier direkt geradeaus rüber fahren kann. Ist ein bisschen schräg, oder? Täuscht das? Die Tiefgarage. Hier vorne hin. Jawohl. Und dann ein Fußweg hier entlang. Wir können hier schon mal ein paar Geschäfte platzieren. Wir sollten hier entlang der Bahnlinie dann auch noch Bäume setzen. Es gibt ja noch leider keine Zäune. Die Straße. So, dann haben wir da auch eine vernünftige Verbindung geschaffen. So, der Schnee kommt nur bis zum Bahnhof, wegen der Höhenmeter offensichtlich. Denn hier findet er sich nicht. Wir brauchen jetzt noch eine Bushaltestelle. Die Busse. Das müssen wir mal gucken. Also, wir haben hier eine große. Ein Bus. Wie groß ist der denn? Den können wir aber hier auf dieser Seite platzieren. Hier passt der nicht hin. Aber ich denke, hier vorne ist es ganz gut. Vielleicht. Ja, doch. Das machen wir hier vorne. So, das Gelände wieder einebnen. Bewegen wir etwas den Schnee, um dann diesen Bushub so nah wie möglich vielleicht auch hier heranzusetzen. Ja, wir brauchen des Weiteren eine Fußgängerbrücke hier rüber. Ja, aber das ist ganz entscheidend, damit die Leute hier auch gut über die Straße kommen. Gucken wir auch, müssen wir hier gehen. Das muss eine Fußgängerstraße sein, denn die Brücke ist zu kurz. Die will da diese Stützpfeiler installieren. Dann machen wir das damit. Wir müssen dann gucken, dass wir jetzt von hier oben entsprechend runterkommen. Dann ist das halt so. Die Verbindung nutzen wir jetzt hier. Und dann können wir hier vorne, denke ich, noch ganz gut die Verbindung hier rüber machen von den Bussen. Mal schauen, ob das hier nicht zu steil ist. Sieht ein bisschen komisch aus, weil es asymmetrisch ist. Aber ich glaube, dass das geht. Dann machen wir hier nochmal eine Verbindung hier rein. Und dann sollte es eigentlich passen. Ich glaube, das mache ich nochmal weg, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, damit haben wir es aber erstmal geschafft. Wir werden das jetzt hier dann in der nächsten Folge ausbauen. Wir werden die Busverbindungen setzen. Der Hub ist platziert. Ein letzter Blick noch auf die Straßenbahn. Das sieht wirklich sehr gut aus. Das läuft gut. Für Auslastung. Viel Verkehr. Am allerletzten Blick nochmal auf den Verkehr werfen. Da oben. Und das ist halt immer der Traffic Flow tagsüber. Das ist unter 60 Prozent. Na ja, gut. Gut. Das soll es aber in dieser Folge gewesen sein. Wir haben hier unseren Hub. Wir haben die Straßenbahn etabliert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.